Hallo Youtube! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Undis. Das war ich aber doch nicht. Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier ein paar Freiheitszeiten. Klappern wir mal einen Moment ab, bis ich wieder weiß, was wir zu tun haben. Ja. Bloß nichts sehen lassen. Ah, ok. Jetzt weiß ich, wo ich hier bin. Ja, dann, ähm... Ah! Die Büsche sind so klein, ne? Ja, gut. Geht. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich glaube, wir haben alles Wichtige. So weit. Haben wir den uns gekreit? Okay, den haben wir uns gekreit. Was? Ach. Ach. Ach, ich fall im Po. Ach. Ich muss mal eben... Ach. 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 Ich verschwinde, Mensch. Das ist ein ganzes Wunsch. Es geht nur um die Fußarbeit. Ein Mann ist okay. Ja. Danke. Lagebillig, was seht ihr? Noch nicht. Lenkt euch an. Jawohl. Du hast keinerlei Chance. Ich fühle mich jetzt. Wie viel kannst du noch einstecken? Das gibt's schon auch. Hallo. Ein Kraftfutter. Okay. Ich muss mal flüchten. Ich bin halt schon ein bisschen... 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 Da komm nicht so lange Laden. Da hab ich mir aber auch was vorgenommen hier. Ich versuch's nochmal von der anderen Seite. Ja, ja. Ah, die Toten liegen aber noch da. Da kommen jetzt auch welche. Na toll. Na komm. Nicht so langsam. Um. Okay, tritt er jetzt eine Runde? Sehr gut. Noch besser. Okay. Das trifft Athen da, wo es wehtut. Geh, weiter geht's. Geh, weiter geht's. Geh, weiter geht's. top. Na, jetzt sind wir aber hier, ne? Und schon unterwegs. Ja, es läuft gar nichts und dann auf einmal... Okay. 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 Kriegsvorräte müssen wir noch zerstören. Wo waren die denn jetzt? Weil ich krieg hier so viele angezeigt. Aber sind das die Kriegsvorräte? Oder sind die da? Ich nehme mal an. Okay, das ist das. Nein, wie war es noch? Das müsste Ihren Einfluss schmälern. Sehr gut. Den Ort hätten wir abgeschlossen. Okay, wir hätten da jetzt noch was. Okay. 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 Ist tot. Wo stehst du da so rum? Gut. Okay. 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 Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Eine Spur? Sag schon. Okay. 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 Nein! Nein! Pass. Ja! Ja! Ich reiss dich ins Stücke! Ich seh sie! Ja! 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 Du zügst es doch nur hinaus! Ja! 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 Da ist sie! Ja! 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 Powott nie są! Ja! 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 Wir sollen doch hier Sachen zerstören, dann machen wir das mal. Und zum nächsten Mal. Hier war es mit. Und Sie wollen weiter. Es scheint mir wenig sinnvoll, wir haben doch schon die... Leichter Soldat. Oh, die Schütze, das war nur mit mir. Das ist gut. Dankeschön. Okay. dass ich das da verzog, wir kennen heute alles, einfach so, aber das kann. Wir gehen jetzt mal hier rein. Dann gehen wir hier rein. Na, alles mitnehmen, was wir kriegen können. Haben wir uns verdient. So, ist auch noch was. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Okay, ich soll Icarus rufen. Ich will doch nicht da hin, ich will doch hier. Was gibt's denn hier noch schönes? Hier bin ich. Aber hier ist doch nichts. Ach so, ja. Ich weiß nicht, wie ich mich erinnere. Die müssen mir alle besorgen. Die Tore sind zu. Kein Händler kommt rein oder raus. Und ein Heer Spartaner wartet auf seine Beute. Ich weiß nicht, wie ich mich erinnere. Was? Äh, wo muss ich rein? Da muss... Da muss ich rein. Okay. Da ist noch jemand. Da muss ich rein. Da muss nicht nachdenken. Für Zeiss! Stirben! Was ist denn nicht das? Was? Oh Ich sehe nichts. Was hast du gesagt? Ich kann was nicht, ich hab nicht verstanden. Okay. Was? Gefangene sind auch noch hier? Ich hab keine Fackeln mehr. Hat jemand eine Fackel? Oder ein Feuerchen hier? Äh, hallo? Ich hab mal eine Fackel? Ja, ich kann das jetzt noch mal halten. Um... Okay. Okay. Wann ist da einer? Okay. 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 Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, ja, kommt schon. Ich war jedem. So. Okay. Warte, geht's. Mitnehmen. Hat jemand Feuer? Ach, das nervt, dass mir das immer angezeigt wird. Ich weiß es, hier ist überall bla bla. Ich weiß doch Bescheid. Ich brauche jetzt aber erstmal Feuer, um das zu zerstören. Ich fucke gleich das ganze Ding an. Hier ist keiner mehr. Hier haben wir alles, ne? Jetzt müssen wir runter. Hier fehlt es aber wahrscheinlich. Okay, der steht da hinten. Mal sehen, wie sein Gang so ist. Lass mal hier hin. Oh, die gucken alle in meine Richtung. Ich sollte von der anderen Seite gehen. Aber ich würde sagen, ihr Lieben, das machen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich für's Zusehen. Daumen hoch. Kommentartipps und Tricks, wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios. Adios.